Nach dem Unfall von unserer Hilfskraft, die sich Cadmium-Celenit-Nanopartikel auf die Haut geschüttet hat, haben wir eben herausgefunden, dass sie schlecht zu entfernen sind, dass es keine richtige Lösung gibt. DerberPurchase ist ein Start-up, das sich zum Ziel gesetzt hat, Produkte zu entwickeln, die Gefahrstoffe von der Haut reinigen. Nano-Ex sorgt überall dort für mehr Schutz bei der Arbeit, wo mit Nanopartikeln gearbeitet wird. Das betrifft die Wissenschaft genauso wie die Industrie und in der Industrie zahlreiche Branchen. Das Besondere an Nano-Ex ist, dass es die erste Lösung ist, die dafür entwickelt wurde, Nanopartikel effizient von der Haut zu entfernen. Es sind keine Stoffe enthalten, die die Hautbarriere angreifen, wie Seifen oder andere sogenannte Penetration Enhancer. Darauf haben wir komplett verzichtet. Zudem ist es pH-hautneutral und sehr hautverträglich. Das Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden hat uns besonders dahingehend unterstützt, dass es uns die Labore zur Verfügung gestellt hat und die Möglichkeit gegeben hat, neben unserer normalen Arbeit unser Produkt zu entwickeln, mit dem wir jetzt auf dem Markt sind. Nano-Ex ist zuverlässig. Es kann bei allen Materialien angewendet werden. Es ist einfach anwendbar, sofort im stressigen Fall eines Arbeitsunfalls und es wird sich als Standard Erste-Hilfe-Lösung durchsetzen.